Fürnheim, Bahnhof, Kapellenberg, Tivoli, Rhein-Neckar-Zentrum, Platz der Freundschaft, Bensheimer Straße, Käfertal, Bahnhof, Mannheimer Straße, Käfertal Süd, Bovieri Straße, Exerzierplatz, Bonifatiuskirche, Langerötter Straße, Universitätsklinikum, Theresienkrankenhaus, Nationaltheater, Rosengarten, Kunsthalle, Mannheim Hauptbahnhof, Central Railway Station, Universität, Schloss, Paradeplatz, Marktplatz, Abendakademie, Kolinis Center, Lessingstraße, Fernmeldeturm, Holbeinstraße, Neuostheim, Zugang zum City Airport, Duale Hochschule, Pforzheimer Straße, Deutscher, Hof, Seckenheim, Rathaus, Seckenheim, OEG Bahnhof, Neuedingen, Gewerbegebiet, Edingen, West, Edingen, Bahnhof, Taubenfeld, Wieblingen-Mitte, SRH, Campus, Ochsenkopf, Berufsschule, Gneisenaustraße, Heidelberg, Hauptbahnhof, Central Railway Station, Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten, Bismarckplatz, Brückenstraße, Kussmaulstraße, Blumenthalstraße, Kapellenweg, Hansthomerplatz, Bietzstraße, Burgstraße, Dossenheim Süd, Dossenheim, Bahnhof, Dossenheim Nord, Schriesheim Süd, Schriesheim, Bahnhof, Zentgrafenstraße, Leutershausen, Bahnhof, Großsachsen, Süd, Großsachsen, Bahnhof, Hohensachsen, Lützelsachsen, Bergstraße, Pilgerhaus, Rosenbrunnen, Weinheim, Alter OEG Bahnhof, Weinheim Hauptbahnhof, Händelstraße, Stahlbad, Blumenstraße, Freiburger Straße, Walter Gruppius Allee, Firnheim Ost, Firnheim Rundfahrt Weinheim Mannheim Heidelberg